Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Verbrennen von Strauch und Grünschnitt. Was geht da überhaupt im Garten? Kann man das überhaupt machen und wie sieht das mit Lagerfeuer aus? Also ein wirklich breit gefächertes Thema und ich freue mich sehr, dass ich mit Ute Dauert verbunden bin. Sie ist Fachgebietsleiterin für die Beurteilung der Luftqualität im Umweltbundesamt. Ich grüße Sie, Frau Dauert, hallo. Ja, hallo Frau Witt. Beurteilung der Luftqualität, da bin ich aber Ihnen genau richtig. Da sind Sie bei mir genau richtig. Bei mir im Fachgebiet laufen sämtliche Daten, die in Deutschland...